Also bei den Verwilzungen kann ich keine Gewehr übernehmen, dass ich diesen Hund nicht schneide mit der Maschine, da derweil ziemlich weiche Haut hat, überall diese Hautlappen und wie man sieht, die Verwilzungen bis auf die Haut runtergehen. Und da sind eben halt die schwierigen Partien. Das ist Haut und das muss runter hier geschoren werden. Wie gesagt, dafür übernehme ich keine Gewehr. Auch im Kopf genau dasselbe. Das fehlt's. Das ist unter dem, hier auch alles. Niemann Schatz. So, guck mich mal an. Das hab ich jetzt daraus gemacht. Das erfordert schon ziemlich viel Erfahrung und Geschick. So ein verfilzten, bis auf die Haut verfilzten Hund nicht auch noch zu verletzen beim Scheren. Jetzt folgt noch der Schwanz. Mal sehen, ob ich da noch irgendwas retten kann. Also, den Anfang habe ich ja schon, das geht so in die Tiefe. Naja, Beine relativ kurz. Musste ich auf drei Millimeter machen. Nach dem Baden werde ich dann noch die Feinarbeit machen. Guck mich mal an. Jetzt fühlt sich wieder wohler, ne? Ja. Und das ist das Ergebnis. Von dem kleinen Jorki. Ich komm, zeig dich mal. So. Der vorher noch so verfilzt war. Aber ganz hübsch was draus gemacht. Ne? Mäuschen. So. Mal gucken. Schwänzchen ist auch dran geblieben. Und gebadet habe ich ihn auch noch. Mäuschen, guck mal. Ja, fein. Und dann kam noch ein Tumor zutage. Guck mal her. Hätt mal stehen. Und dann kam noch ein Tumor. Und dann kam noch ein Tumor zutage. Untertitelung des ZDF, 2020